Und Mario macht dann nochmal eine Show-Einlage. Hallo! Yeah! Boah! Alles klar. Kopfnuss! Und diesmal machst du es bitte richtig! Dankeschön! Was ist das? Was? Sauber vermehrt Sternpunkte. Cool! Ach, das war diese... Ah, die wir letztens in den Katakomben ein bisschen Geld gegeben haben. Ach so. Die war das bestimmt. Ich weiß gar nicht richtig, was hier... Da ist noch eine Wolke, aber wir gehen jetzt erstmal... ...den kleinen Bubu folgen. Würde ich doch glatt mal behaupten. Also rein da. So. So. Hep! Weil der braucht ja unsere Hilfe. Großer Baum. Kann ich hier lang? Ja. Interessant. Wasser. Und... Alles ist hier schwarz-weiß. Nur der Boden hat irgendwie Farbe. Und das sieht alles... Das sieht sehr interessant aus hier. Das gefällt mir richtig. Das ist Bubu. Das ist Bubu. Ah, hier... Hallo! BP Plus erhöht die Gesamt-BP um 5. Das ist ja mal nice. Aber wir haben noch... Wir haben eh nicht genug Ordenpunkte, ne? Das war doch ein Orden. Ja. Dafür braucht man drei Ordenpunkte. Hm. Hm. Dann wollen wir doch mal zum Bubu gehen. Hey, Bubu. Was ist? Seht nur, diese Tür... Die war hier früher noch nicht. Und... Sie geht nicht auf. Dabei dachte ich, jetzt können wir sie alle retten. Ja, man hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen was tun. Hm. Ähm. Ja. Ja, so. Hm. Ich hab's. Wo gehst du denn... Was... Ähm. Tür. Komm, Brina, erzähl doch mal. Das ist der große Baum. Der ist ja wirklich riesig. Wie groß mag der wohl sein? Bestimmt wacht er schon seit Ewigkeiten über den Wunderwald. Was machst du denn jetzt da oben? Hey, Bubu. Bublio. Was machst du? Bubuma hat vor langer Zeit etwas von einem Geheimgang erzählt, der ins Innere führt. Hier in der Nähe muss es irgendwo sein. Hm. Aber... Wie sollen wir diesen Eingang nur finden? Was können wir nur tun? Was Geheim ist, ist geheim. Wie sollen wir dann den Eingang finden? Vor dem Eingang ist dieses unsichtbare Ding, das wir beseitigen müssen. Aber wie sollen wir etwas beseitigen, das wir nicht sehen können? Ich hat's. Erona. Madame Eronas Künste werden uns bestimmt weiterhelfen. Madame Erona ist eine stattliche und betörende Dame, die hier im Wald lebt. Sie ist ein Wolkengeist und sie herrscht über die Winde. Bestimmt kann sie dieses unsichtbare Ding einfach wegblasen. Madame Eronas Villa liegt ganz tief im Wald. Wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind, und dann zu ihr. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder. Wie sehen nochmal die Stats aus? Gummrina, 6 KP. Ist ja nicht so schön. Aber das ist so verkraftend. Ich denke, ich tausche sie einfach mal gegen... Ach, guck mal da hinten. Ich denke, ich tausche sie einfach gegen Kupio gleich aus, weil ich denke, viele neue Gegner werden hier jetzt nicht mehr kommen. Ach, dieser Wald ist wirklich ganz bezaubernd. Hier ein Haus zu bauen, war die beste Idee, die ich je hatte. Diese Ruhe, der Frieden. Es ist alles ganz anders als damals. Kein Pomp und überflüssiger Luxus. Luxus natürlich. Jeder Tag hier gibt mir neue Lebenskraft, neue Energie. Und mit jedem Tag sehe ich frischer aus, fühle mich jünger. Die kleinen Bubus aus dem Baum sind auch wirklich ganz liebreizend. Wer spricht denn da überhaupt? Aber bleibe ich noch lange hier, wird die Sehnsucht nach Leben mich verzehren. Die Sehnsucht nach Leben? Ach, diese schillernde Welt des Theaters. Wie könnte ich sie je vergessen? Ohne jeden Zweifel. Die Schauspielerei ist und bleibt auch meine Berufung. Aha. Das war wohl dann diese Madame Irone, oder? Aber vor meinem Comeback sollte ich Körper und Geist noch etwas in Form bringen. Ein bisschen Make-up unterstreicht meinen natürlichen Liebreiz. Oh. Schockschwere Not. Es ist weg. Verschwunden. Mein, mein... Es ist weg. Was ist weg? Jetzt sagt doch mal. Lasst mich doch nicht hier so rumrätseln. Dann gehen wir halt wieder zurück. Tief ins Wäldchen rein. Und dann werden wir ja sehen, was kommt. Wir kommen zur Iones Villa, wenn wir von hier aus immer geradeaus gehen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wir tauschen einmal das Team. Und ich merke gerade, dass ich immer noch ein bisschen erkältet bin. Ich hoffe, man hört das nicht so. Baum. Jetzt habe ich schon wieder mit dem Hammer draufgehauen. Der war ja wieder da. Oh. Vergessen. Das war jetzt sehr intelligent. Ich mache erst ihn hier kaputt. Technik. Ja, das ist eher doof. Trifft alle Bodengegner mit dem Panzer. Und schützt Mario. Ich kann doch nicht schon wieder Wutbeben benutzen. Wir haben auch nur noch einen Pau-Block. Aber den kann man sicher irgendwo kaufen. So, hier irgendwo in der Nähe meine ich damit. Natürlich kann man den irgendwo kaufen. Ich weiß halt nur nicht, ob das Kladdusch hier in der Nähe auch möglich ist. Ich hoffe es. Oh, Wutbeben. Ja. Ist ja wunderbar. Ah. Boah, ist sie schnell. Verdammte Kacke. Hab ich mich erschrocken. Aber ist es echt nicht möglich, mit Kupio da vielleicht mal ein bisschen mehr Power hinter seinen Stoß zu bringen? Oh. So. Er zieht da einen ab. Okay. Ah. Nein. Nein. Kupio. Kupio. Nein. Er liegt auf dem Rücken. Das ist ja jetzt eher doof. Ja. Da müssen wir warten. Oh, cool. So. Und Pils. Verdammt. Dann springen wir nochmal drauf. Und hoffen, dass Kupio gleich mal wieder aufsteht. Und hier kann ich das Timing noch nicht richtig abschätzen. Was die Gegnerangriffe angeht. Und Kupio, ich, ja, wäre dir sehr verbunden, wenn du wieder aufstehst. Yeah, gekontert. Cool. Nice, sag ich da nur. Was allerdings nicht so nice ist, ist, dass unsere Stats ganz schön im Arsch sind. Aha. Aha. Äh. Wow. Okay, einen Moment. Ein Paket für die Nachbarn. Dabei sind die hundertprozentig zu Hause. Was ein Scheiß. Na gut, jetzt versuch doch mal irgendwie, was, hier durchzukommen. Oh, dann muss ich... Springen. Hallo. Äh. Ähm, ja. Hier komm ich schon mal nicht so richtig. Aha. Das muss man auch erstmal wissen. Gut, dass wir es rausgefunden haben. So. Aha. Super. Klasse. Das fährt jetzt hoch und dann können wir da rüber gleiten. Ein herrlicher Sternsplitter. Kann ich jetzt nicht hier runter? Ja, super. Hätte ich denn nicht auch da raufspringen können? Nee, das ist zu niedrig. Alles klar. Bublio, was hibst du da so rum, hä? Guck mal, was da oben ist. Guck mal, da. Eine Insignie. Eine Insignie. Herrlich. So mag ich das. So allerdings nicht. Boah. Meine Taktik bisher beim Gleiten war wohl nicht die richtige, wie mir scheint. Deswegen probieren wir das jetzt einfach nochmal. Kann ich nicht auch einfach... Nee. Der springt ja schon von alleine. So, das sieht schon besser aus. Super. Was bist du? Was... Was ist das? Nein! Erdbeben. Jetzt muss ich nochmal hoch. Oder fällt das Ding einfach runter? Ich fasse es nicht. Es kann doch nicht angehen. Dafür kann ich Gleiten üben. So. Okay. Da ist eine Wolke. Hupsala. Die ist aber auch schnell. So. Einmal springen, bitte. Hep. Und du kannst... Ja. Die Wolke ist ja unten. Also können wir da unseren Panzerstoß machen. Das ist super. Wie viel der Panzerstoß abzieht. Ich liebe es. Hallo Zuschauer. Na, wie geht's euch? Das gefällt uns doch. Nein! Ach. Zu spät reagiert, verdammt. Na komm, nehmen wir einen Pilz. Das wäre dann unser letzter. Und ich hoffe, wir können bald einkaufen gehen. Da. Okay. Mario. Springen Sie bitte. Dankeschön. Unsere Sternenergie ist bald wieder voll. Das ist schön. Oh. Oh. Donnerblitz. Bäume. Ja. Ein Sternsplitter. Da ist eine Röhre. Da können wir aber so anscheinend nicht ran. Da müssen wir wohl einen, ja, anderen Weg finden. Seht nur da drüben. Das ist Madame Ironas Anwesen. Ja, das war die falsche Stimme, weil ich dachte, der Fall zeigt auf Kupio. War aber nicht so. Mit den Stimmen momentan bei mir kann ich eh nicht viel anstellen, da ich halt noch ein bisschen erkältet bin. Jetzt geht er durch. Volto-Pilz. Das ist ein Volto-Pilz. Jetzt habe ich nicht gelesen, was der macht. Ich schlaue Nuss. Ein Volto-Pilz lädt elektrisch auf. Angreifer müssen leiden. Sie müssen leiden. Das kann ich aber noch mit erkälteter Stimme. Das ist ja, das ist ja awesome. Noch ein Sternsplitter. Und hier geht es nicht mehr weiter. Super. Dann wollen wir doch mal zu Madame Ironas Anwesen. Aber was hat sie verloren? Was ist verschwunden? Speichern. Ähm, Entschuldigung. Schäme nicht da zu sein. Vielleicht geht sie ja gerade im Wald spazieren. Wer weiß. Ihr wisst es nicht. Datei hier, da, 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 speichern. Und so weiter. Speichervorgang beendet. Lasst uns zu Madame Irona gehen. Madame Irona, sind Sie zu Hause? Okay, dann nicht. Verschwindet. Niemand betritt diesen Raum. Madame Irona, sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich ja an wie... Das ist doch Bublio, oder? Bubulio, nicht Bublio. Schön, dass du wieder da bist. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ähm, also... Da wäre tatsächlich etwas, wobei sie uns helfen könnten. Da wäre es, wobei sie uns helfen könnten. Oh, nein. Da wäre es, wobei sie uns aufhören. Und dann wäre es, wobei sie uns helfen. Da wäre es gut für dich mit dir.